Du suchst ein spannendes Studienprogramm? Wie wäre es mal in einem kooperativen Studium in der Großregion? Mit Bridge kann ich nicht nur Theorie und Praxis miteinander verbinden, sondern auch Ländergrenzen überschreiten. Im Unternehmen lerne ich während der praktischen Ausbildung erstmal die technischen Grundlagen, die ich später für meinen Beruf brauche. Meine Erfahrung in der Ausbildung hilft mir, mein theoretisches Wissen im Studium weiter auszubauen und später im Berufsleben sinnvoll miteinander zu kombinieren. Bridge ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Man bekommt früh Kontakt zu Unternehmen der Branche Erfahrung und verdient dabei auch noch Geld. Mit Bridge möchten wir dir ein anwendungsorientiertes und praxisnahes Studium über Ländergrenzen hinweg ermöglichen. Entweder verbindest du ein Bachelorstudium mit einer Berufsausbildung in einem Unternehmen und kannst du mit zwei Abschlüsse erwerben. Oder du verknüpfst ein Bachelor- oder Masterstudium mit intensiven Praxisphasen in einem Unternehmen. Du kannst an der Hochschule Trier nicht nur auf eine Infrastruktur auf dem neuesten Stand der Technik und gut ausgestattete Labore zugreifen, sondern auch von einem hohen Praxisbezug in Kooperation mit internationalen Partnern profitieren. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite.